Musik Eigentlich ist Infinity viel zu OP. Aber gut, macht ja nichts. Was wollen wir hier oben? Ah ja, Hermes Stiefel in den Schrank packen. Das hier mitnehmen. Dann packen wir noch ein paar Monstersachen weg. Das da, das da. Und die Bögen, die kommen hier auch noch mit rein. Dann alle bis auf den hier. Weil wir es können. Weil die kommen hier rein. Und dann brauchen wir noch eben schnell Eisen. Ich sehe gerade, wir haben hier neun drin. Und hier haben wir sieben drin. Jetzt packen wir mal schnell um. Äh, den. Zack. Zonk. Äh, craften wir schnell zu Helm und Stiefeln um. Diese neun. Passt sogar perfekt. Einmal. Zack. Zack. So. Helm. Stiefel. An. Nein. An. Jo, jetzt haben wir perfekte Spitzsage. Perfekte, ähm, Dingens. Und perfekten Bogen. Jetzt können wir nochmal wieder unsere Sat... Äh, nee. Sortierement einsetzen. Äh, die Behutsamkeitsspitzsage kommt hier hin. Genau, mit dem Ender-Dingens. Will ich gar nicht mal so mit viel verschwenden. Wir müssen aber ein bisschen auf Ausgang wieder... naja, machen. Draußen wird's langsam wieder dunkel. Ähm, das ist eine normale Eisenspitzsage für... Jo, Eisen. Das können wir nämlich... Das wäre nämlich besser, wenn wir das mit Dingens abbauen. Dann... Shovel. Die nehmen wir natürlich die... Heile. Danach. So. Und die Erde packen wir hier hin. Essen und den ganzen Tausch in mir. Die Diamanten legen wir mal zurück in die Endertruhe. In der noch Gold liegt. Und... Jo, wie sieht's nochmal drauf? Draußen aus? Hab ich schon wieder vergessen. Jo. Draußen ist es dunkel. Ähm. Ja, wie wär's, wenn wir nochmal kurz auf die Jagd gehen? Fände ich persönlich klasse. Wenn wir das nochmal kurz machen. Um nochmal kurz zu gucken. Naja, was heißt auf die Jagd gehen? Kurz einen Monster suchen, drauf klatschen. Das ist mein Ziel. Warum sind die, warum sind die eigentlich nie Monster? Da ist ein Creeper. Den will ich gar nicht in die Arme fallen. Sondern eher jemand anderem. Creeper über Creeper, aber keine anderen Sachen. Ist die Drop Raid runtergesetzt worden, oder was? Ich will hier eigentlich mal ein Monster. Na komm. Da. So, dich hau' ich mit einem Schnitzel. Weil ich's kann. Aua. Warum hau' ich dich mit nem Schnitzel? Vielleicht, weil ich auf die Eins gerade nicht komme. Und ich dich ja schon so runtergekloppt hab, ist jetzt auch egal. Yay. Ich hab' mich mit nem Schnitzel besiegt. Jetzt ruckelt's hier. Da ist ein Kopfloser drin. So, dann gehen wir jetzt schon wieder nach Hause. Ich wollte einmal kurz mit nem Schnitzel jemanden verprügeln, weil ich's kann. Da ist schon wieder ein Zombie. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Ich bin bestimmt gleich ein Creeper. Ah, da ist unsere Ladekiste. Hier. So, wir sind zu Hause at home. Und... Ja. Geht, ne? Warum hab ich jetzt... Ach, ist auch egal. Ich weiß gar nicht. Pennen gehen? Oder noch was gucken? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir können ja mal kurz gucken, was wir jetzt noch so offen auf der Agenda haben. Oder zumindest mal in der Schmiede schauen. Äh... Muss ich hier denn so drin leben? Ach, äh, Ziegel. Hier, nüksch. Nini, nini, nini. Schon wieder Hunger. Gibt's ja nicht. Naja. Oh, Magenverstimmung. Äh. Äh. Na ja, gehen wir mal pennen mit Magenverstimmung. Äh. Boah. Oh, das war ja... Oh, das ist ja richtig verdorbenes Fleisch gewesen. Und... Was ist... Wieso? Hä? Okay. Wir sind... An unserem alten Platz. Das Creeperloch. Boah, da war ganz viel was rausgehauen hier. Wow. Mit Redstone freigelegt. Zupi. Boah. Oh Gott. Wie, 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 wie... Sind wir jetzt... Ja, stimmt. Von hier... Da ist ein Fledermaus. Von hier aus kam irgendwo der Creeper, denke ich mal. Und der hat uns dann platt gemacht. Ach. Wie kommt das denn? Wir sind wieder da. Bayjim ist zurück, würde ich sagen. Na gut. Freut mich. Nehmen wir mal ein bisschen Kies mit. Ah, der ist von hier oben runtergefallen durch die Explosion. Interessant, interessant. Oh, Destroyer. Ja gut, unsere Items haben wir noch. Das ist super. Ähm... Jo, da muss ich noch einmal ganz kurz draufdrücken. Na gut, das mit dem... Mit dem... Eisen, weiß ich noch nicht. Aber Redstone... Das können wir jetzt getrost Destroyer verlassen. Achso. Und... Oh. Hä? Ich hab doch von woanders was aufgemacht. Egal. Naja, ein bisschen Redstone ist verloren gegangen. Aber nicht alles. Zum Glück. Äh, jetzt muss ich mir kurz mal orientieren. Wo muss ich denn unsere Fackel denn hin tun? Links oder rechts? Äh, hm. Rechts natürlich. Rechts natürlich. Hier so. Na gut, das bringt uns jetzt hier nichts. Machen wir mal kurz Licht an hier. Legen mal ein bisschen was frei. Na? Na! Boah. So. 50%ige Chance, dass dahinter Lava ist. Ne. Aber da drüber. Ne. Oh. So, wollen wir noch ein bisschen Obsidian mitnehmen mit dem neuen Destroyer? Destroyer? Können wir eigentlich. Ähm, wo entspringen die Lava? Boah, hier entspringt sie. Oh. Na gut, Wasser ist noch da. Okay. Äh, ach ja, hier war noch ne Fackel. Machen wir hier nochmal eine hin. So. Wenn ich eh, wenn ich mit dem Ding eh auch, äh, Stein weg mache, kann ich damit auch gleich, ähm, Eisen weg machen. Ist ja eigentlich kein Ding. Wir haben Haltbarkeit und wenn, dann müssen wir es halt reparieren. Oh Gott. Machen wir jetzt erstmal den oberen weg, damit wir, äh, weiß ich auch nicht. So, dahinter ist jetzt bestimmt wieder Dingens. Nö. Aber guck mal, wie schnell das mit dem Obsidian, naja, relativ. Ich glaube, ich brauche für einen Holzblock mit der Hand weniger, äh, länger. So. Äh, den machen wir nochmal schnell. Wie viel haben wir denn jetzt gerade? 33. Wir wollten den Stack mitnehmen. Also wir können das Obsidian hier mal ganz abbauen. Ist ja kein Ding. Können wir ja nach so einer, was heißt, ja gut, nach einer relativ langen, ähm, Zwischen, äh, Episode mal eben wieder machen. Oh. Hier natürlich. Und wir wechseln mal von diesem verrotteten Fleisch, das uns mal wieder in diese komische Lage gebracht hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was damit los war die ganze Zeit. Komisch, komisch. Na ja. Wechseln wir halt wieder, ähm, na, so. Und zack. Den mal eben. Und den. Dann wieder hier oben ein bisschen. Oh. Yay, und die Packel ist weg. Hat aber keinen Unterschied gemacht im Licht, also können wir das ruhig so lassen. So. Ach, wir haben schon über ein Stack Redstone. Achso, ich hab auf R gedrückt. Bringt aber nichts, wenn ich nichts anhabe. Oder hat sich das gerade sortiert. Ja, doch, hat sich sortiert. Ist ja ein Ding. Äh, unsere Behutsamkeit Spitzacke haben wir noch. So, einmal. Und ein Stack Redstone rein. Den sammeln wir, bis wir neun Stück haben und dann haben wir wieder einen voll. Von daher passt das. Neterquartz, warum haben wir denn Neterquartz dabei? Lappi können wir drin lassen, bis der Stack voll ist. Obsidian machen wir jetzt eben Stack voll. Das war die Behutsamkeit, ne? Ja. Theoretisch, ne, 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 ist egal. Äh, ja, da ist er. Achso, hatten wir schon. Ich dachte gerade, wo ist denn der jetzt abgeblieben? Äh, und so. So. Und weiter. Der nächste. Ich wette mit euch, dass er wieder Lava... Wette verloren. Ich hab nie in ein Wettbüro gehen. Und der nächste. Ich mach das absichtlich, äh, mit Ausrichtung auf den nächsten Obsidian, damit ich hier nicht aus Versehen ganz, das ganze Ambiente hier wegräume, indem ich einfach mal zu lange auf den, äh, auf den Mauszeiger, ach, auf der Maustaste bleibe. Kennt man ja. So. Da ist noch was. Und ein Skelett höre ich im Hintergrund. Voll furchtlos vor der Lava einfach mal stehen geblieben. Jetzt wird's dunkel gleich. Ne, doch nicht. Ähm. Wie mach ich denn das? Ich glaub, ich hau mal eben... Ne. Ähm. Den weg. Dann den. I-au. Jetzt brenn' ich. Ja, ja. So. Einmal dann hier. Ey. Hier. Und. So. Das wär das. Und. Jetzt müsste, jetzt müsste es eigentlich da abfließen. Ich weiß nicht, ob's das tut. Jo, es fließt da ab. Jetzt haben wir da, glaub ich, da drunter nichts. Doch, haben wir. Gut, dann mach ich das mal eben so. So. Und. Den mach ich zu. Wollen wir diesen Rand da auch noch eben abreißen? Oder lassen wir das? Ich glaub, das lassen wir mal. Das können wir noch eben schnell machen. Aber dann haben wir auch schon... Ja gut. Eins, zwei, drei, drei. Ja, wir machen halt den Stack voll. Würde ich sagen. Und was bist du denn für einer? Und ein Creeper. Müssen wir gleich mal Einhalt gebieten. Was bist du denn für ein irrer Sektenführer? Habt ihr gesehen? Der hat so ein Creeper-Dingens auf der Maske. Also auf seinem Helm da. Komisch. Da haben sich die mieser Leute ja was ausgedacht. So. Jetzt haben wir acht. Jetzt... Na gut, das passt. Also machen wir mal dieses Randgebiet hier weg. Ich glaube, ich hau mir mal eben den Wassereimer hier hin. Den überlasse ich nichts dem Zufall. Und den auch noch. Dann müssen wir aber mal eben mit Ausrichtung darauf. Auf.